Auf dieser Platine befindet sich eine programmierbare doppelte H-Brücke. Wie zu lesen, handelt es sich um ein Demo-Board, mit welchem ich die Funktionsweise unterschiedlicher Motorsteuerungen demonstrieren möchte. Beginnen werde ich die kleine Videoserie mit der Vorstellung verschiedener Details der Platine. Ferner erläutere ich die vorgenommenen Änderungen am Layout, denn nach der ersten Inbetriebnahme sind mir noch so einige Ideen gekommen, was besser gemacht werden sollte. Ein Video zu Design und Bestückung der Platine habe ich bereits auf meinem zweiten Projekt How Open Is This Gadget veröffentlicht. Das Ansteuern eines Schrittmotors funktioniert wie vorgesehen, da ich aber nicht nur zeigen wollte, was geht, sondern vor allem wie es geht, war das Platinenlayout nicht perfekt. Werfen wir also einen Blick auf die Änderungen, die ich nach meinen ersten Tests implementiert habe. An dem Widerstand, der als Stromsensor konzipiert ist, fällt im normalen Betrieb eine Spannung von deutlich weniger als 5V ab, was der ATMECA 328 Mikrocontroller problemlos einlesen kann. Hier wird ein kleiner Elektromotor angetrieben, womit an dem 30Ohm Widerstand ein Spannungsabfall von 2,2V zu messen ist, was einem Strom von 73mA entspricht. Ich möchte mit der Platine allerdings auch Fälle demonstrieren, die außerhalb der normalen Betriebszustände liegen und da kann mitunter die volle Versorgungsspannung von hier etwas über 7V abfallen. Da der Mikrocontroller bei Anliegen dieser Spannung zerstört würde, habe ich auf der Rückseite der Platine eine 4,5V 10er Diode und zwei weitere Widerstände an jedem der beiden Stromsensoren angelötet. Die Leiterbahnen direkt vom Stromsensor zum Mikrocontroller habe ich auf der Oberseite der Platine durchtrennt. Zwei Kabel auf der Unterseite führen nun von den Z-Dioden zu den beiden Analog-Eingängen. Eine weitere Änderung betrifft die Steuerpins der Transistoren. Da nicht alle Pins des Mikrocontrollers über Hardware Pulsweitenunterstützung verfügen, habe ich zwei dieser Ausgangspins getauscht, was die Programmierung deutlich vereinfacht. Auch dafür musste ich die Leiterbahnen auf der Platine durchtrennen und die Pins auf der Unterseite mit zwei weiteren Kabeln neu verbinden. Dann habe ich im Internet günstige Mini-Voltmeter entdeckt und schnell kam die Idee auf, auch diese auf der Platine zu verbauen. Um deren Kabelführung zu verbergen, habe ich drei Löcher in die Platine gebohrt. Jedes der Mini-Voltmeter wird per Akku unabhängig von der Platine mit elektrischer Energie versorgt. Ein Akku für alle Voltmeter funktioniert nicht, da ansonsten Kurzschlüsse in den Stromkreisen der Platine verursacht würden. Die Unterseite der Platine sieht nun nicht mehr so aufgeräumt und professionell aus wie die Oberseite, hier tritt der Bastler in mir wieder voll zum Vorschein. Die roten LEDs zur Anzeige des Zustands ausgeschaltet, hatte ich ursprünglich inklusive Vorwiderstand parallel zur Sourced-Range-Strecke der Transistoren geschaltet, was gut funktioniert hat. Nach Implementieren der Mini-Voltmeter hat sich das aber als nachteilig erwiesen, da so immer ein kleiner Strom durch den Stromsensor fließt und das untere Voltmeter somit niemals auf Null geht. Die LEDs sind daher nun auf der Eingangsseite der Transistoren angeschlossen, der Stromsensor zeigt jetzt, wie gewünscht, keinen Stromfluss an, wenn kein Verbraucher an die H-Brücke angeschlossen ist. Erst beim Einschalten des Motors fließt ein Strom durch den Sensor. Diese und weitere Änderungen habe ich mit Keycard in Version 1.1 der Platine integriert, wer also das Demo-Board nachbauen möchte, hat's einfacher. Wie gesagt, handelt es sich um eine frei programmierbare Motorsteuerung basierend auf einem AT-MECA 328P. Diesen habe ich meinem Arduino Uno entnommen und auf den Sockel der Platine gesteckt. Damit der Mikrocontroller weiterhin über das UNO-Board programmiert werden kann, ohne den Chip ständig zwischen UNO-Board und Platine wechseln zu müssen, habe ich die Pins 0, 1, Reset und Masse auf 4 Pins herausgeführt. Sind diese mit dem UNO-Board verbunden, kann der Mikrocontroller programmiert und es können Daten über die USB-Schnittstelle ausgetauscht werden. Mit dem Demo-Board möchte ich tiefer in die Programmierung eintauchen und zeigen, dass man mit dem Befehl DigitalWrite etwas bewegen und nicht nur eine LED zum Blinken bringen kann. Die vielen LEDs werden im Übrigen nicht zur Funktion der Haarbrücken benötigt, sondern dienen lediglich der Visualisierung der Schaltzustände der Transistoren. Die gelben LEDs zeigen die Schaltzustände der 8 als Ausgang geschalteten GPIOs des Mikrocontrollers. Ist der betreffende Pin auf High-Level, so leuchtet die verbundene LED. Neben den 8 Leistungstransistoren befindet sich je eine grüne und eine rote LED. Ist der betreffende Transistor eingeschaltet, so leuchtet die grüne LED, ist der Transistor ausgeschaltet, die rote. Alle LEDs können über Steckbrücken vom Stromkreis getrennt werden. An der linken Haarbrücke befinden sich die Mini-Voltmeter, welche parallel zu den vier Transistoren geschaltet sind und somit den Spannungsabfall an diesen Bauteilen messen. Das fünfte Voltmeter misst, wie bereits gezeigt, den Spannungsabfall an einem Widerstand, der als Stromsensor fungiert. An der rechten Haarbrücke habe ich keine Voltmeter angeschlossen, denn jede Messung hat auch einen Einfluss auf die zum Messen der Schaltung, wie ich in späteren Videos dieser Serie zeigen werde. Die Spannungsversorgung der Platine erfolgt hier über einen Lithium-Akku mit nachgeschaltetem Step-Up-Converter. Eingangsspannungen zwischen 5 und wie hier gezeigt 12V funktionieren problemlos. Soweit zur Vorstellung der Demo-Platine. Weitere Infos sowie die Konstruktionsdateien als Download gibt's auf der Projektseite homofaziens.de. Im folgenden Video dieser Serie werde ich die Platine nutzen, um die Funktionsweise von Halbbrücken zu veranschaulichen. Und wer mich in meinem Bemühen, Elektronik und Software zu lehren, unterstützen möchte, kann gerne die Spenden-Schaltfläche auf meinen Seiten anklicken. Vielen Dank an alle, die mir auf diesem Wege schon einen Obolus haben zukommen lassen. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald! Wir strechen sie dir. Untertitelung des ZDF, 2020